Musik Uns erreichen weitere Neuigkeiten zum Skandal rund um die Minengesellschaft Hyphen, der die Kleinstadt Hayden Springs erschüttert und deren Ratsversammlung gerade Schauplatz einer schockierenden Enthüllung war. Barbesitzer und Ratsvorstand Jet Lucan gestand den Anwesenden unter Tränen, dass er vor zwölf Jahren bei Typhon an der Ertischung von sieben Todesfällen beteiligt war. Bei einer unzulässigen Sprengung im vergangenen Monat, die dazu diente, weitere Inspektionen zu verhindern, sollte zudem der tragische Tod von Gabe Chan vertuscht werden. Mr. Lucan wartet in Polizeigewahrsam auf seine Anklage. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, die Stille ist schlimmer. Ich brauche etwas Luft. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt, wo ich all meine Stärke und Willenskraft zusammengenommen habe, bin ich bereit, vom Bett aufs Dach brauche ich ein Porträt von Charlotte Harman? Ja, ich glaube, ich brauche ein Porträt von Charlotte Harman. Steckt euch die dauerhafte Unterstützung sonst wohin. Ja, das ist auch klar. Das wäre noch interessant. Es hört nie auf. Ja. Wenn ihr das lesen möchtet, holt euch das Spiel. Hey, Steph. Alex, warte. Bevor du etwas sagst, hör mir bitte erst zu. Okay. Was du getan hast auf der Ratsversammlung, sowas Mutiges habe ich noch nie gesehen. Deshalb will ich auch so mutig sein. Also, hör mir zu. Ich will mit dir zusammen sein. Ich meine, ich scheiße auf meine Musik und die Weltreise. Also, eigentlich nicht, aber ich will es nur mit dir. Und wenn du lieber hierbleiben möchtest, dann... Scheiß drauf. Wow. Dann bleibe ich auch hier. Okay. Es ist noch nie eine Person reingestürmt, um mir zu sagen, dass sie mit mir zusammen sein will. Ja? Wie ist das so? Ah. Seltsam? Du... ...bringst mich echt durcheinander. Gut. Das war der Plan. Du weißt ja, wo ich bin. Viel Glück, Chen. Danke, Steph. Tja. Ich denke mal, wir haben noch eines der guten Enten erwischt. Wie ich wirklich habe, gibt es mehrere Enten in dem Spiel. Aber bis jetzt bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden. Ich muss es sagen. Mal gucken, was noch so kommt. Sag's mir einfach. Was? Meine Zukunft. Was ich tun soll. Am Abend des Frühlingsfests wollte Steph unbedingt, dass ich mit ihr weggehe. Wir überall Gigs spielen. Wir überall Gigs spielen. Die Aufregung des Unbekannten. Naja. Das war bevor dieser ganze Scheiß passiert ist. Komm schon. Komm schon. Du weißt doch immer alles. Also sag's mir. Naja, ich weiß, was du tun musst. Du solltest in Haven bleiben. Echt? Ja. Glaubst du das wirklich? Natürlich. Du hast endlich ein Zuhause, einen Job und trotz der Sache bei der Abstimmung Leute, denen du etwas bedeutest. Warum alles aufgeben? Ist das ein gutes Argument? Ja, stimmt. Aber naja, vielleicht wäre es doch besser zu gehen. Was? Du bist jung, hast plötzlich etwas Geld, Freunde. Meinst du nicht, es ist Zeit, die Musiksache zu versuchen? Du solltest auf jeden Fall gehen. Ach, halt den Mund. Komm, hör auf, Gabe. Ich kann den geheimnisvollen Geistscheiß gerade nicht gebrauchen. Ich brauche nur... Ich brauche nur meinen großen Bruder. Tut mir leid. Schon gut. Wie wär's damit? In so circa drei Stunden fährt ein Bus ab. Mhm. Du bist nicht im Bus. Und Steph auch nicht. Das Leben geht weiter. Oder? Du bekommst deinen Job im Plattenladen und arbeitest mit Steph. All die Jahre als Musiksnob zahlen sich endlich aus. Die Zeit vergeht und hinterlässt ihre Spuren. Die Wohnung fühlt sich langsam nicht mehr wie ein Museum an, sondern wie ein Zuhause. Gedanken an Jed, Typhon und sogar an mich verblassen langsam. Das Leben geht weiter. Das Dach ist deine Bühne. Und jede Woche bejubelt dich eine kleine Gruppe treuer Fans. Während du spielst, fragst du dich vielleicht, was hätte sein können, Auftritte in größeren Städten zu spielen, deine Musik mit der Welt zu teilen. Oder vielleicht denkst du auch nicht viel darüber nach. Du weißt nicht genau, wann es passiert, aber eines Tages siehst du dich um und erkennst, dass du diesen Ort so sehr verändert hast, wie er dich verändert hat. Und das Außergewöhnlichste ist, wie normal es sich anfühlt. Du hinterfragst es nicht. Du zweifelst nicht oder fragst dich, was hätte sein können. Es ist dein Leben. Das Leben, für das du so sehr gekämpft hast. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lebst du einfach. Danke. Kein Ding, ist okay. Glaubst du echt, ich werde Haven verändern? Natürlich, das hast du schon. Mit deiner Gabe, deiner Musik, in dem du du bist. Aber Alex, du musst trotzdem nicht bleiben. Du kannst das überall tun, wo auch immer du bist. Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage, würde ich sagen. Was genau zu tun? Eine echte Musikerin zu werden? In einem Van leben? Jeden Tag in einer neuen Bar spielen? Deine Soundcloud füllen? Fremden deine Gefühle offenbaren? Klingt ziemlich gut, wenn du mich fragst. Die Wahrheit ist, du weißt nicht, wie deine Zukunft aussehen könnte. Doch es wird ein Abenteuer. Also, was denkst du? Oh. Und da stehen wir natürlich jetzt wahrscheinlich vor der allerletzten Entscheidung. die wir treffen müssen. Ja, um das Ende anzustreben. Also, ich würde sagen, ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, auch nochmal das andere mir anzuschauen, was ich dann gerne im Anschluss natürlich auch machen würde. Ich würde sagen, wir machen erst mal Abenteueranstreben. Klingt für mich jetzt erst mal interessant. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mache ich natürlich das andere Ende auch nochmal. Aber ich würde sagen, wir fangen mit rechts an und dann probiere ich nochmal zurück zu gehen und das nochmal zu machen mit und da bleiben. Okay? Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wünsche euch natürlich noch schönen Abend oder Tag, je nachdem, wenn ihr das Video natürlich auch schaut. und ich mache jetzt einfach mal mein Mikro aus, alles für die Klappe halte und machen die schon meine Facecam aus und lasst es auch aufschwirken und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis demnächst. Tschüssi. Ich weiß, was ich will. 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 Okay, wir können also da noch einige Aktionen machen, so wie die Sache aussieht. Äh... Okay, gut, ja, da kann man jetzt ziemlich viel machen. Wir gucken einfach mal weiter. Wir gucken einfach mal weiter. Ich weiß, was ich will. 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 Okay, das war ja jetzt mal ein kurzes Ende. Relativ kurz. Ich habe oft gesehen, die noch mal spielen. Aber dem war natürlich nicht so. Deswegen werde ich das hier mal ganz kurz verschleunigen. Ich weiß, was ich will. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Okay, also nur nach meinen Entscheidungen kann ich noch mal gucken. Keine zusätzliche Informationen über das Spiel usw. Okay, gut. Dann würde ich sagen, nochmal danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Ciao, ciao.